Zum Anfang würde ich sagen, wir machen einen kurzen Interaktiv-Teil. Wer schon mal mit Django gearbeitet hat und schon eine App selber geschrieben hat, möge das bitte durch Handzeichen, also durch Klatschen, verdeutlichen. Frank Becker, bitte. Ich würde gerne wissen, wer schon mal eine installiert hat. Okay, also das können wir bequem skippen. Ja, die... Problem ist, ich sehe meine Notizen jetzt nicht. Da gucke ich mal schnell mit rein. Die Idee für den Vortrag ist, und deswegen ist es ein bisschen komisch, dass da für Experten mit dabei stand. Das war eher für Leute, die halt Django kennen, ist das was. Ich glaube, die anderen wird es nicht ganz so interessieren. Die Idee ist, dass immer, wenn man irgendwie mit so einem Django-Projekt anfängt, dann nimmt man sich erst mal so ein Set an Django-Apps her, die einem Haufen Arbeit abnehmen. Also genauso wie Django schon mal als Web-Framework einem extrem viel Zeug abnimmt, was immer wieder Standard ist. Es gibt halt ein dickes Rudel an solchen Apps, oder ich finde eigentlich den Begriff Extensions schöner, aber es heißt immer so, die einem so das Leben viel, viel leichter machen. Und ich habe davon eine ganze Menge. Und da möchte ich hier ein paar Ausgewählte vorstellen. Aber erst mal zu mir. Ich bin zu Django gekommen, gar nicht so über diese Webschiene, sondern ich war bis vorgestern bei dem Chip-Hersteller AMD in Dresden in so einer Gruppe, die sich um Linux-Support für CPUs dort gekümmert hat. Und dort ist es halt wichtig, dass man Linux, aber nicht nur Linux, sondern so Virtualisierungs-Sachen wie KVM und Xen und sowas testet, mit funktionalen Tests und Benchmarkt, um zu sehen, ob irgendwie so, Linux ist ja sehr, sehr dynamisch, und ob da irgendwie aus irgendeinem Grund das langsamer wird, und da fährt man halt so ein breites Set an Benchmarks. Und wenn man zum Beispiel auf test.kernel.org, das ist halt so die mehr oder weniger offizielle Testseite für Linux ist, dort läuft halt Autotest, was ein Django-Projekt ist. Wenn man weitergeht, man muss halt Systeme automatisch installieren, dann kommt man so auf das Tool-Koppler. Ja, und wenn man da reinguckt, das erste Python, das wurde, man sieht sofort, das ist halt in Django geschrieben. Und ein drittes Ding, womit ich auch viel Zeit verbracht habe, ist Codespeed. Das ist das Tool, was PyPy, also die alternative Python-Implementierung, immer Benchmarkt, und damit man halt sehen kann, inwieweit PyPy viel, viel schneller ist als alles andere, was irgendwie so Python macht. Ja, dummerweise hat AMD sich entschieden, mal kurzzeitig, dass wir nicht mehr gebraucht werden. Und hat halt, ja, im Prinzip, also offiziell zum Ende des Jahres ist die ganze Abteilung dichtgemacht worden, aber wir sind ab Montag, also ab vorgestern, geurlaubt worden. Was halt ein bisschen für den Vortrag schade ist, weil es, ja, so ein bisschen an Nerven zerrt. Egal. Live goes on. Ja, also nochmal ganz kurz zur Motivation. Habe ich ja eingangs schon gesagt, das hat halt jeder so. Ich gucke, was man da, genau. Sehr, sehr schön ist halt der Vortrag von 2008 von der DjangoCon von James Bennett, der halt so ein bisschen die Grundlagen gesetzt hat. Und ich glaube, das ist so ein Vorteil von Django, dass man einfach die Dinger reinklippen kann. Also in Installed Apps schreibt man den Namen rein, muss vielleicht irgendwie noch eine Mittelwerte zupacken, aber im Prinzip war es das schon mit der Installation. Und SyncDB meistens hinterher noch. Aber im großen Ganzen hat man dadurch halt viel, viel Funktionalität zu seinem Django-Projekt einfach so schon mal dazu. Und der andere große Vorteil ist, finde ich zumindest, dass das Zeug meistens getestet ist. Also A, weil es halt viele Leute benutzen und B, weil man ja den Quellcode von dem Zeug kriegt und kann sehen, ob die Leute dort Tests mit drin haben oder nicht. Und spannend finde ich eigentlich auch immer, wenn man die Tests immer selber ausführt, gehen die nicht immer alle. Aber man kriegt halt ziemlich schnell mit, wo so Ecken und Kanten sind von so einer App. Also wenn man jetzt nicht von Anfang an das erstmal alles durchlesen will oder mal durchgucken will, sondern Tests sind eigentlich ein sehr, sehr schönes Dokumentationstool auch, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal mit dem ersten Ding ein. Das ist Django Extensions. Im Prinzip ist das so ein Rudel von Erweiterungen, die gar nicht alle so unbedingt jetzt miteinander was zu tun haben. Das erste ist Shell Plus. Das zeige ich bloß mal, weil das, glaube ich, schnell schön klar wird. Mache ich. Nicht alles schon vorbereitet. Aber naja. Und zwar eins der super Features, die das Ding hat, das sieht man hier oben. Nicht. Mit dem Grün. Ich markiere das mal. Bei dem Kontrast hoffentlich ein bisschen besser. Der importiert zum Beispiel alle Models, die man so in seinem Projekt hat. Und das, was ja halt so ein häufiges Ding ist, wenn man hier anfängt irgendwie mal zu gucken, was in seiner App oder so los ist. Also mein erstes ist immer, dass ich jetzt irgendwie anfange Models zu importieren und das und das. Hat man alles schon. Also wenn man dann hier so ein, ich gucke mal, ob das in der History drin ist, wenn man dann halt hier so eine Abfrage machen will, dann muss man nicht import formen und wie war es denn jetzt und so, sondern hat das alles gleich. Das hier oben ist bloß Logging. Das heißt hier, um den Teil geht's. Das ist halt, was ich von dem Ding, von diesem Shell Plus, aber es gibt noch andere Features, die das Ding so hat, sehr, sehr nett finde. Dann gibt's hier eine Möglichkeit, dass ich von einem UML-File meine Models generieren lassen kann. Bin ich noch nicht so der Fan von, aber es geht. Eine andere schöne Sache ist, wenn man so eine App hat, wo man halt User hat und die dann irgendwie registriert sind und so und dann kommt man irgendwann mal zu dem Punkt, hm, du müsstest jetzt irgendwie mal das Ding für drei Stunden down nehmen, wie schreibst du denn jetzt eine Mail? Und dann fängt man halt an, von User ist diese E-Mail da raus zu fummeln und irgendwie, das gibt's hier als Shortcut schon mit drin. Das macht dieses Export E-Mails, also, ich glaube, ich glaub mir das, achso, genau, also, und dann kommt halt die Liste, kann ich jetzt zeigen, weil die Leute sind alle entlassen. Das ist halt ein sehr, sehr netter Shortcut und das kann das als V-Card ausgeben oder in irgendwie so verschiedenen Formaten, aber ich glaub, wenn man das in der Liste hat, dann kriegt man das schon. Ja, dann kann man sich seine Models hier als Graphics als schönes Diagramm anzeigen lassen. Auch eine nette Sache, ich wollte das Graphics heute früh, weil das hier auf dem Laptop nicht drauf ist, noch nachinstallieren, aber ich glaube, das Rechenzentrum, wo die hosten, ist, glaube ich, gerade unter Wasser. Job-Scheduling, dafür nehme ich Salary, also, das benutze ich nicht, aber das nächste Ding ist richtig cool. Es gibt halt, ich fange vielleicht mal hier oben an mit diesen Field-Extensions, es gibt so Sachen wie so ein Auto-Slug-Field, also, das ist bestimmt auch jeder mal reingegangen, ich will irgendwie aus meinem Model hier, da gibt es irgendwie so einen Namen und dann würde ich den Slug automatisch generieren lassen und wer sowas schon mal implementiert hat, weiß, wie viel Bauchschmerzen das sein kann. Slug ist in deiner URL, ist irgendwie so ein Model von, also, der Begriff kommt aus dem Zeitungswesen und ist halt irgendwie so ein Kurzwort für irgendwas. Genau, für sprechende URLs benutzt es dann, das ist halt in deiner URL, da wollte ich gerade hinkommen, also, ne, das ist dann so dein Model, und dann irgendwie den Namen von dem Ding und sowas generieren zu lassen, ist anstrengend, weil es den Namen ja dann mehrfach geben kann und dann musst du da irgendwas hinten dranhängen, dann sind da irgendwelche Umlaute vielleicht drin oder irgendwelche Sonderzeichen, die musst du alle rausfiltern und bla bla, und naja, da sitzt man eine Weile, bis man das halt wirklich felsenfest implementiert hat, gibt es ja gleich. Das nächste Ding, was ich also, oder was wahrscheinlich jeder immer hat, ist so ein Time-Modified und hier Created-File, wo man dann Save überschreibt und wenn das jetzt nicht ist, und dann mach mal, das gibt es hier gleich mit drin, UID-Felder hat man auch ganz häufig, dass man irgendwie so einen anderen Identifier irgendwie braucht in seinem Model, hängt man da einfach mit rein, womit ich noch nichts gemacht habe, die haben auch so Encrypted-Character-Field, dass man halt in seiner Datenbank verschlüsselt Sachen ablegt und hat man dann im Verzeichnis irgendwie Kies, keine Ahnung, was davon jetzt irgendwie besser ist, aber naja, die werden sich was dabei gedacht haben und dieses Timestamped-Model ist halt so eine Abstract-Base-Class, das heißt, wenn ich nicht von Models-Models erbe, sondern von diesem Timestamped-Model, dann habe ich ein Created und Unmodified gleiches Feld mit dabei und habe überhaupt gar keinen Schreibaufwand. Das nächste Ding, auch sehr cool, ist Print Settings. Vielleicht mache ich das mal. Ist gerade hier in der Auflösung jetzt wenig aussagekräftig, aber das, was ich halt zeigen wollte, ist, damit kann ich halt meine ganzen Settings, die in meinem Settings-File und importierten Zeug drin sind, anzeigen lassen und das Schöne ist, gerade wenn wir hier bei solchen Apps sind, die haben ja meistens so ihre eigenen Settings, wo sie irgendwelche Sachen einstellen, die man halt so nicht sieht, die irgendwelche Default-Werte sind und die kriegt man dann eben auch gleich noch mit angezeigt und dann fällt es meistens so, wie Schuppen aus den Haaren, warum bestimmte Sachen nicht funktionieren. SQL Create ist so ein Tool, dass man Datenbanken automatisch mit anlegen lassen kann, weil in meinen Settings habe ich halt den praktisch alles konfiguriert, was wichtig ist, also Usernamen, welche Datenbank ich benutzen will und Passwort und so ein Zeug alles und dann fängt man trotzdem mal irgendwie an mit irgendwelchen Admin-Tools oder hier in Postgres oder so Zeugs zu konfigurieren. Das macht das halt gleich automatisch mit, was schön ist für so automatische Deployments, dieser Run-Server-Plus ist irgendwie für Debugung mit Werkzeug zusammen, benutze ich aber nicht, kann ich leider nichts zu sagen. Was aber schön ist, ist dieser Run-Profile-Server, wo der halt, achso, auf der nächsten Seite so, das Ding, wo der halt genau guckt, in welcher Funktion er wie lange irgendwie gebraucht hat, wo man halt sehr, sehr schön seine Apps profilen kann. Ich weiß gar nicht richtig, welches Tool das ist, das ist halt von der Webseite geklaut, noch mit solchen bunten Graphen und so, so benutze ich das nicht, sondern, achso, das ist ein anderes. Ja, warte, ich muss mal, ich habe dummerweise hier booten müssen, deswegen ist jetzt alles, ja, also ich habe das damit schon mal laufen lassen und ach ja, nach booten ist natürlich slash TMP weg, egal, also, man kriegt dann auf der Konsole genauso schön angezeigt, halt, an welcher Stelle des Codes, der wie lange gehangen hat, sehr aufschlussreich, oft. Ja, kurz noch eine Frage dazu, also das war Django Extensions. Ja, kann einer, kann das selber machen? Aber das ist, wie gesagt, das ist einfach, das ist so eine Sammlung an Tools, die dir so dein generelles Django Entwicklungsleben einfacher machen sollen. Nee, aber jetzt so einen Ersatz für, also Ersatz oder irgendwie so für den Run-Server hat er nicht. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob dieser Profile-Server multi-shredded ist, wobei das, weil er die ganzen Profile-Daten aufschreibt, bestimmt nicht schneller ist als Run-Server. Ja, ich weiß gar nicht, ab wann, ich glaube, 1.3 oder so, wurden ja die Class-Based Generic Views eingeführt. Leider war da die Doku ein bisschen mau, was sich ja mittlerweile auch, glaube ich, geändert hat. Django Braces ist halt so eine App, die viele, viele Mix-Ins bereitstellt, wo man halt ganz schnell hinkommt, dass man die braucht, also sowas wie Login Required oder irgendwelche Permissions zu checken, ein Redirect oder JSON direkt auszugeben oder selbst so eine HX-Response. Benutzt habe ich hier relativ viel dieses Login Required und Permissions Required. Okay, also Class-Based Generic Views ist so der Nachfolger von diesen Generic Views, wo du dir irgendwie eine Liste ausgeben lassen kannst von irgendwelchen Objekten und gibst dann so ein Template dazu an und dann wird das halt da reingerendert. Und dann kannst du anklicken, ich will jetzt Pagination mit drin haben und dann macht er sowas. Und das war so, ich glaube... Genau, also zum Beispiel, du willst jetzt von irgendeinem Model du willst irgendwie so ein Model ausgeben, dann nimmst du halt Detail View und in deine URL-Funk-Py schreibst du dann rein Detail View S-View mit Klammern, um die Funktion noch wirklich auszuführen und da ist praktisch alles automatisch und wenn du da jetzt ein anderes Template haben willst, dann kannst du das halt noch als Option mitgeben. Und der Riesenvorteil von diesem, weil es halt klassenbasiert ist, dass du halt sogenannte Mix-Ins, also dass du kleine Teile rein erben lassen kannst, das wird auf der nächsten Folie klar. Hier oben dieses Template View, ganz oben das ist Standard Django und alles worum es dabei geht, ist, dass du halt ein Template hast und es wird dann gerendert. Und jetzt kannst du dir von Braces so ein Login Required und Permission Required Mix-In mit dazu nehmen und dann fängst du halt an hier deine View-Klasse zu schreiben und machst erstmal dieses Login Required mit rein und dann Template View und aus dem MHO kommt halt raus, dass du das Login Required zuerst nimmst und dann Template View und dann gibst du hier den Template-Namen an und dieses Get hier unten brauchst du schon nicht. Das ist im Prinzip alles. Und in deine urs.py schreibst du dann halt rein sumsecretview.sview und das Ding wird gerendert. Und worum du dich jetzt halt nicht mehr kümmern musst, ist, dass halt der User authentifiziert sein muss. Ja. Also ich wiederhole es mal ganz schnell für die Aufzeichnung. Der Einwand war, die Dekoratoren funktionieren nicht mehr für Klassen. Klar, aber ich kann natürlich so einen Decorator über eine Methode setzen, dann geht das auch wieder. Ganze Klassen kann man auch dekorieren? Okay, also okay, was ich gerade dazu gelernt habe, man kann ganze Klassen dekorieren. Klar, warum soll das noch nicht gehen. Und im zweiten Beispiel hier, da nehme ich halt zwei von diesen Mixins dazu, also Login Required und Permission Required und sage dann, wenn demjenigen das angezeigt werden soll, dann soll er halt diese Permission aus Change User haben und ja, das war es im Prinzip. und ein anderes schönes Ding, wenn man diese Class-based Queues also wenn man damit anfängt die zu benutzen, dann ist diese App halt ein schöner Einstiegspunkt, um mal zu gucken, wie das so geht mit solchen Mixins. Ja, die nächste Geschichte Django Bootstrap das ist jetzt was nur für Leute, die die Twitter Bootstrap benutzen und dort habe ich ja die Möglichkeit ja viele Sachen hier so sehr schön dynamisch zu machen, also ich will irgendwie ein Div replacen und nicht die ganze Seite neu laden und so Sachen, was man halt heutzutage so in Web-Applikationen so macht und ja dafür gibt es halt oder anders was man dann klassischerweise gemacht hat ist man hat sich ein bisschen JavaScript dafür geschrieben um das in Twitter Bootstrap Templates zu machen und eine JSON hin und her geschickt und sowas und da hat sich der Herr Altmann ich glaube ich habe seine das ist ein echter Apple Show hier Safari abgeschmiert das ist schon nicht schlecht Achso das vielleicht das wollte ich am Anfang noch sagen Markus hier vorne und ich wir machen so ein Podcast was man nur kurz sehen konnte Imports okay dann lasse ich es super das Apple Zeug wir machen seit Anfang des Jahres so ein Podcast Imports Aktuelle Episode über Swings wir hatten aber auch schon Anna über Django 1.4 also wer gerne Podcast hört kann ja gerne mal reinhören okay dann mache ich das hier wir waren bei Django Bootstrap das was ich hier oben habe ist so eine View Funktion wo ich dann halt bloß sage if request is AJAX dann gebe ich hier im Prinzip mein Template an und herauskommt dann als JSON mein Stückchen HTML was ich halt in meinem Bootstrap Template automatisch ersetzen lassen kann ohne irgendwie jetzt eine Zeile JavaScript geschrieben zu haben okay und wenn das nicht ist also das was ich gerade auf der Webseite zeigen wollte wo hier oben der der Link zu ist das ist halt wieder mal so der tausendste Twitter Nachbau ähm und wenn es halt kein AJAX ist dann gebe ich hier halt das Form aus und brenne halt das ganze Ding das heißt ich gebe hier unten alle Messages aus so wie sieht das Ganze in dem Template aus das ist hier unten Blockbody hier passiert aber nicht viel eigentlich sind es nur diese zwei zwei Includes hier unten und ganz unten darum muss ich mich halt kümmern das kommt in dem in der App mit das Stückchen JavaScript also dieses Bootstrap AJAX .js das muss ich halt mit in meinem Template importieren so und diese anderen zwei Templates die unten sind also unterstrich Message Form und unterstrich Message List die sieht man jetzt hier ähm das ist im Prinzip alles ich muss oben diese Data Refresh URL also ich bin jetzt in dem oberen Ding die Maus ist weg ähm ich muss halt diese Data Refresh URL angeben das ist wo halt mein View drauf zeigt und ja und den Rest kümmert sich das Ding dann selbst ähm ja und unten habe ich halt das Form was als AJAX dann äh gerendert wird der das was man halt beachten muss ist hier dass man Form auf S-Bootstrap dann pipet was aus den Bootstrap Template-Tags kommt und das benutzt dann auch gleich die ganzen hier Twitter-Bootstrap Template CSS Geschichten also für Leute die jetzt nicht hier gleich mit Backbone JS und so und Zeugs anfangen wollen was es immer noch so gibt das ist eigentlich eine schöne leichtgewichtige Sache wenn man halt ein Twitter-Bootstrap benutzt Django Secure wollte ich mal mit ähm ansprechen kostet nichts und das Ding guckt halt die Django App durch ob so bestimmte Sachen äh eingeschaltet sind und ein paar Twigs macht es eben auch selbst noch mit ähm also Secure SSL Redirect ist klar ne dann mach ich halt alles über SSL das HSTS ist halt da kann der Server sagen lieber Klein mach bitte nur SSL zu mir und das stellt das ganze Ding eben sicher da gibt es ein Timeout dafür und sowas ähm naja und so ein paar andere Einstellungen die man hier mit machen kann ähm und die schöne Sache ist man kann halt in seinem Pies Manage Check Secure also kriegt man als äh Manage.py ähm Optionen dann mit dazu und dann geht das Ding durch guckt sich alles an und nölt halt die Sachen die nicht gut sind rot an also ich hab jetzt hier Secure äh HSTS Seconds nicht äh konfiguriert und so ein paar Sachen und wie gesagt das ist äh leicht konfiguriert und macht halt so äh die die App wenn man sie im Identity hat ein bisschen sicherer ähm wer hier hat noch nicht mit SAUS gearbeitet okay dann erkläre ich's mal äh das ist so das erste Ding was also sowas in der Art könnte eigentlich bei Django gleich mit dabei sein ähm es geht darum wenn man seine Models schreibt dann verändern die sich ja so im Laufe der Zeit und man muss dann dieses Datenbankschema migrieren und wer wenig Bock auf SQL hat wie ich zum Beispiel der äh fängt dann irgendwann mal an für seine für seine App ähm mit der oberen Zeile hier äh schema-migration-app minus minus init dann fängt er dann legt er halt so ein Verzeichnis in der App in der App ab äh das dann Migrations heißt und dann kann ich halt äh äh mit äh 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 Migrate und dann den App-Namen äh äh diese Schema-Migration immer einspielen und ich sag mal so zu 95% läuft das auch super und bei den restlichen 5% dann äh naja da stehen die Haare so oder so zu Berge egal ob man so ein Tool benutzt oder nicht ähm und ja und der Befehl dann äh für weitere äh Updates der des Datenbank-Schemas ist halt dieses minus minus also Schema-Migration-App äh und dann Auto und das funktioniert eigentlich echt gut ähm Debug-Toolbar kennt das jemand nicht? okay ist also auch so ein so ein Klassiker der ausgarnigen vor drei Jahren oder so auf so einer Django-Con äh abends bei dem gerade den Namen nicht hier äh wo so ein Hotelzimmer entstanden ist ist eine super Sache wenn man aber das muss ich zeigen also ich probiere den Safari nochmal vielleicht mag der das bloß nicht sieht schon besser aus muss ich jetzt bloß mal ein Ding starten ne also im Browsern soll es ja noch nicht habern äh aus 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 Das war's für heute. Okay, ich mache es mal ein Stück größer. Das, was das Ding macht. Ach doch, das ist, glaube ich, groß genug. Man kriegt hier oben diese Django-Debug-Toolbar. Und das Ding zeigt jetzt halt so verschiedene Sachen an. Zum Beispiel, wie lange hat der View gedauert? Meine ganzen Settings von der App. Auch immer ziemlich interessant, die HTTP-Headers, Request-Variablen. Auch sehr schön, welche Templates habe ich hier gerade benutzt? Das ist SQL, welche Signals gefeuert haben. Okay, hier ist das nicht konfiguriert im Logging. Und für die Leute, die jetzt Django-Debug-Toolbar wirklich kennen, die werden sich wundern, unten für Cache. Das ist hier leider jetzt nicht mehr drin. Das ist noch wieder eine Erweiterung für diese Debug-Toolbar. Das ist das Django-Cache-Panel. Wo ich halt für, da muss ich spicken, auf jeden Fall Redis, Memcache und Pylip-MC meine Statistiken halt drüberkriege. Das ist aber, glaube ich, leider interessant, wenn ich, also für Produktionsumgebung, wenn ich halt Memcache verwende oder so und sehen will, wie effizient ist und das Ganze. Das nächste Ding, Django-Debug-Tools. Also ich bin, ihr merkt schon gerade, ich bin jetzt so ein bisschen auf der Debugging-Schiene hier. Man hat ja oft so das Ding, dass man jetzt seine Kontextvariablen in Templates irgendwie mal angezeigt haben will. Und was man da macht, dann gibt man halt irgendwie diese Kontextvariable aus und dann irgendwie Attribute da drauf und sowas alles. Das geht mit dem Ding hier viel, viel eleganter. Man macht einfach einen Print und dann, also wie hier oben links angezeigt, und gibt dann, also für einen Print zeigt jetzt alles an, aber man kann halt eine Kontextvariable hinten angeben und kriegt dann halt hier so schön ausgeklappt, welche Attribute und Methoden Krimskrams da alles auf diesem Kontextobjekt, muss man wahrscheinlich eher sagen, gibt. Und das Beispiel ist aus Django CMS, aus so einem Menü-Eintrag. Und wenn man da halt irgendwie gucken will, wie hieß denn da jetzt irgendwie, wie, was weiß ich, wie ich auf irgendwie Menü-Level oder irgendwie sowas komme, also ich vergesse das dann immer und bevor man das dann irgendwie lange mit einem Debugger oder da rumprobiert oder so, ist es eine relativ schöne Möglichkeit, hier an seinen Templates dran rum zu debaggen. Was ich nicht ausprobiert habe, ist dieses X-Fuhr, oder halt anders, ich habe diese Debug-Tools schon lange verwendet, habe mir nochmal nachgeguckt, was es noch so kann, und da kam diese X-Fuhr-Mittelware mit rein, wo man angeblich in, in, wie heißt das, also dieses Fire-Debug, hier dieses Firefox-Debugging-Tool, kann man sich dort mit einklinken, hat aber nicht funktioniert auf Anhieb, und man kann sich über jQuery auch Debug-Informationen mit ausgeben lassen. So noch ein Stück JavaScript mit einbinden. Was ich aber sehr, sehr viel verwende, ist halt dieses Print, um einfach mal schnell nachzugucken, was passiert denn da gerade in meinem Template, oder warum gehen bestimmte Sachen so nicht. Weil das Dumme ja in Templates ist, wenn es irgendwie eine Kontext-Variable nicht gibt, dann wird das ja alles immer stillschweigend weggefressen, und ja, es kommen leider keine schönen Exceptions. Ja, das nächste Ding auch noch so zur Debugging, das ist jetzt keine Extension, das ist ein ganzes Django-Projekt von den Disqus-Leuten, also die diese hier Kommentar-Funktionen so für viele Webseiten anbieten. Man hat ja auch, also Django hat ja eine relativ gute Möglichkeit, so Logging zu konfigurieren, mit allen möglichen Sachen, dass man sich irgendwie eine E-Mail schicken lassen kann, wenn irgendwie ein 4.04 gekommen ist, so, also bloß als Beispiel, und dann kriegt man halt diese vielen E-Mails. Schöner wäre, das Ganze halt wieder irgendwo auf einer Webseite gesammelt zu haben. Man könnte jetzt auch mit Syslog so die Sachen wegschicken, aber dann hat man auch hinterher so, ja, nicht immer das richtige Tool einstecken, um jetzt mal schnell nachzugucken, was denn da gerade war. Und Sentry ist halt so ein Server, der nicht nur für Python, sondern auch für andere Sprachen, wie Ruby und was weiß ich, was noch Module bereitstellt. Und dann werden halt die, je nachdem, wie man es halt konfiguriert hat, die Blog-Nachrichten an diesen Sentry-Server geschickt. Und dort kann man sich das dann alles schön angucken. Und auch der Sentry kann dann wieder bei bestimmten Sachen wieder E-Mails verschicken oder was weiß ich, eine Java-Nachricht oder sowas. Und man kriegt halt seine Exceptions und so Sachen hier sehr schön aufgelistet. Das ist so eine Sache, wo ich am Anfang dachte, das ist ganz schön blot. jetzt extra noch so eine dicke Django-App irgendwo hinzusetzen, bloß um die Log-Nachrichten angucken zu können. Hat sich spätestens dann als Knaller erwiesen, dass man halt seinen Nutzern auch mal sagen kann, hier, geh mir mal jetzt nicht auf den Nerv, sondern guck mal da hin. Und dann siehst du schon, dass bestimmte Sachen halt nicht gehen konnten. Weil, also, man muss ja aber, Nutzer haben die Log-Nachrichten verstehen. Klar. Noch so ein Ding, ohne dem ich nicht leben wollte, Django-Kompressor. Page-Load-Zeiten sind wo auch immer wichtig. Und man schreibt ja jetzt sein JavaScript oder CSS oder solche Sachen nicht wirklich minified, sondern da findet man ja schon, dass so eine Einrückung viel helfen kann und auch mal eine Leerzeile oder ein Kommentar. Und worum man sich aber nicht kümmern will, ist jetzt, dass aus seiner App das Zeug, gerade im Produktiveinsatz, halt komprimiert oder halt minified angeboten wird. Und darum kümmert sich Django-Kompressor. Da gibt man halt einfach oben an seiner, in seinem Header so ein Template-Tag ringsherum an. Also hier ist es zum Beispiel oben in dem oberen Feld eins, zwei, drei, vierte Zeile Kompress CSS. So, und der aufmerksame Leser wird schon erkannt haben, das ist gar kein richtiges CSS ist, sondern SCSS. Also seitdem ich das für mich entdeckt habe, ich kann eine Zeile blankes CSS mehr geschrieben. Das ist halt so ein, ja so wie man halt CSS eigentlich schreiben will. Man will nicht jedes Mal irgendwie einen Farbcode angeben, sondern dafür will man eine Variable haben. Man will die Möglichkeit haben, so Sachen zu schachteln. Oder man will auch mal die Möglichkeit haben, irgendwie was, was ich eine einfache Vorschleife zu haben, um halt so bestimmte Sachen in seinem CSS zu generieren und das kann das halt der Konkurrent dafür, es lässt. Aber ich bin halt auf der Schiene ja ausgerutscht und bin seitdem dabei. Hammel wäre dann dasselbe für HTML. Und hier kann man halt so ein, die nennen das Precompiler angeben, der halt an der Stelle aus diesem SCSS wieder CSS generiert, was man sonst halt von Hand machen müsste jedes Mal. Und da kann man sich halt überlegen, mit welchem Tool man das machen will. Ich nehme hier dieses PySCSS und Django Kompressor kümmert sich halt dann darum, wenn sich dieses SCSS-File geändert hat, dann muss ich halt ein neues CSS-File generieren. aber und daran merkt man halt, dass das Ding also dass es mit Praxiserfahrung implementiert wurde. Man kann halt auch einstellen, dass irgendwie einmal am Tag das Ding generell neu generiert werden soll, falls irgendwie mal das schief geht. Sehr, sehr, sehr hilfreich. Also spart einen Haufen Zeit. Ja, und im letzten Feld sieht man halt, wie das Ganze gerendert wird. Man kriegt das dann halt statisch ausgeliefert. Ja, und funktioniert halt sehr, sehr gut und das Ganze kann ich auch für JavaScript machen und ich kann natürlich andere Sachen machen, wie das nochmal durch ein HTML-Tidy durchschicken oder, oder, oder. Ja, so ein Konkurrent dafür ist Django Pipeline, die auch Kompress direkt unterstützen, was wieder so ein in Ruby geschriebenes Tool ist, wo man für dieses SCSS ja, wie so eine Art Plugins hat, dass man also, wenn man jetzt runde Ecken irgendwo machen will und man hat das Problem, dass man als Webkit und Firefox und Opera und, weiß gar nicht, ob es, da wird es mittlerweile im Internet Explorer auch irgendwie was eigenes geben. Ich wusste mal, früher hatte ja jeder Browser seine eigenen CSS-Krämpfe dann dafür und so ein Template generiert das dann, also man gibt es dann bloß noch einmal an, Border-Radius, was weiß ich, fünf Pixel und dieses Template generiert das dann für alle Browser, damit es halt überall schön aussieht. Ja, dann zur ganzen Form-Sache, wer benutzt denn so diese Standard-Jungo-Forms? Sind auch noch eine ganze Menge. ich habe eine ganze Zeit lang dieses Django-Uni-Form benutzt, wo man halt das Form nicht irgendwie als Tabelle oder sowas oder als Absätze oder so generiert bekommt, sondern das Ganze in Diffs, womit man die halt besser mit CSS gestalten kann, finde ich zumindest. Und bin aber vor einem halben Jahr ungefähr auf dieses Django-Crispy-Forms gestoßen, was sich genau darum kümmert. Jetzt ist das blöde. Also ein Hinweis dazu, hier oben die URL, wer viel mit Forms macht, das ist ein sehr, sehr guter Vortrag gewesen, über so, wie man halt in Django-Forms benutzt, effizienten Forms benutzt. Und die verwenden halt dort auch dieses Django-Uni-Form und dann noch eine ab, die ich dann gleich noch zeige. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier eine URL rausholen. Lassen wir mal laden. So, ich zeige jetzt mal ein Beispiel, wenn ich also dieses, jetzt muss man nicht im Detail lesen können, aber das Formular hier generieren will, wo ich halt oben so normale Felder habe und dann hier so Radio-Buttons und Checkboxen und so ein Zeug und hier noch irgendwie vor meinem Feld irgendwas davor hängen will, wie man es halt zum Beispiel von Twitter-Bootstrap kennt. Dann ist das so ungefähr der Code. Hier oben mache ich halt so mein normales Form, so wie man das kennt. Ja, geht auch mit Modelforms. Genau, geht auch mit Modelforms und dann schreibe ich hier mein Formhelper-Objekt und da setze ich mir jetzt aus oben, aus diesen ganzen Feldern mein Formular zusammen, also viel Text-Input. Das ist das, was ich hier oben hatte. Das ist das hier und ja, man kann jetzt hier zum Beispiel so eine CSS-Klasse mitgeben, das war das Text-Area, das sind die Checkboxes, hier kann ich mit Appended-Text halt noch was hinten dran schreiben, das konnte man hier nicht richtig erkennen wegen Nachlösungen, also so ein Punkt 00, oder ich kann halt was prependen und ja, und unten kommen noch meine Buttons und dann ist halt mein Form fertig und das ist halt wie ich das in meinem Template hier einbinde. So, und hier unten ist noch die View-Funktion dafür. Ich könnte jetzt hier naja, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ich könnte jetzt hier, also, was ist noch jemand interessiert? Ich könnte ja noch so ein anderes aus dem realen Leben mal zeigen. Ich mache es hinterher, wenn wir Zeit haben. Okay. findest du von, also wenn du nach Django Crispy Forms suchst, dann kommst du auf diesen GitHub und da ist das Beispiel mehr drin. Ja, und das, was man dann gerne damit zusammenverwendet, ist Django Floppy Forms und das ist halt das, oder dazu muss man wissen, in Django werden halt diese ganzen Widgets für Templates aus Strings zusammengesetzt, was ein bisschen schneller ist, als Templates zu benutzen, aber der Unterschied zwischen Django Floppy Forms und ich glaube dem nativen Django ist irgendwie eine Millisekunde zu einer oder zwei Millisekunden so, also okay, man könnte jetzt argumentieren doppelt so lang, aber der Unterschied zwischen einer und zwei Millisekunden ist leider nicht so und wenn man es dann versucht irgendwie zu cachen, dann ist das so und so alles wieder hinfällig. So, und dort wären halt diese Template Widgets als, die gehen halt über normale Django Templates was ein Riesenvorteil ist, weil man sich die Dinger so anpassen kann, wie man sie will und die haben halt so verschiedene Sets schon fertig, die haben halt klar, ne, HTML5 Widgets drin, was man halt heutzutage so will und die haben auch diese Uniform Widgets drin und auch die Twitter Bootstrap kann man halt in der Settings Pi dann konfigurieren ja und alles, was man machen muss, um die Dinger zu verwenden, ist, dass man halt nicht vom Django Import Forms macht, sondern from Floppy Forms oder Import Floppy Forms as Forms ja und dann kann ich, oben wo ich meine Forms definiert habe, das einfach daraus benutzen. Und wie gesagt, Crispy Forms und Floppy Forms zusammen ist so, glaube ich, momentan zumindest meine Wahl. Ja, Django TastyPie für Leute, die restvolle APIs schreiben wollen oder müssen, kann man echt nur empfehlen, das Ding. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie groß an die Grenzen stößt mit dem, was man so irgendwie, also wo man irgendwie mal Gefahr läuft, auch ein paar abgefahrene Sachen machen zu müssen, das habe ich bisher damit immer sehr, sehr gut hinbekommen. Deswegen Batteries included. Eine kleine Warnung vielleicht, die sind jetzt irgendwie bei irgendwie in der Version 1.0 Beta irgendwas, also offiziell heißt es aber noch 0.9.12, glaube ich. Und so ein paar Sachen ändern sich dann noch manchmal. Also wenn man da ein Git-Pull macht und ist es wichtig, dass man für die Sachen Tests hat. Ich muss mal ganz kurz hier als Beispiel, man macht sich dann also so ein API.py und importiert dann sein Model. In dem Beispiel ist es hier Entry und das, was ich dann machen muss, ich mache mir dann eine Klasse und erbe von Model Resource, was aus Testsipi Resources kommt und gebe dann halt noch so ein Query Set an und im Prinzip war es das. Das Ganze muss ich dann noch in urs.py konfigurieren und habe dann per Default zumindest kann ich dann alles lesen und wenn ich so das komplette Code, also Create, Update, Delete, Spektrum abfackeln will, dann muss ich halt noch Authentifizierung mit dazu nehmen. mal als Beispiel für so ein Ding dann definiere, also das ist jetzt hier ein Beispiel aus dem realen Leben, dann habe ich halt eine Authorization, dafür benutze ich halt Django und eine Authentication mit angegeben und man kann die Authentication auch mehrfach gestalten, also in dem Fall oben war es jetzt nur mit der API-Key ich kann aber auch sagen, ich will jetzt API-Key Authentication oder eine normale, was dann auf Basic hier wieder zurückfällt machen. Sehr schön und wenn wir dabei sind, wenn ich jetzt nicht eine Ressource von einem Model nehmen will, dann wird es ein bisschen komplizierter, dann muss ich mir so einen Bundle machen wo ich praktisch meine ganzen Daten und ein paar Methoden drin habe und von dem Bundle kann ich mir dann wieder so eine Ressource machen. Also im realen Leben hat man ja nicht immer, dass man jetzt mit seinem Rest-API jetzt nur irgendwie ein Model ansprechen will, sondern irgendwie so manchmal gibt es ein paar Abhängigkeiten und dann kann man sich das darüber machen. Bloß das wäre halt ein eigener Vortrag, glaube ich. Ja. So und dann hat man natürlich oft auch das Problem, dass man auf der Gegenseite damit reden muss. Also mit so einem Rest-Fall-API und da gerade zum Testen habe ich dieses TastyPy Queryset Client benutzt, wo ich halt mir hier so einen Client mache, also das ist auch aus der Doku hier das Beispiel, und kriege dann halt die Sachen. Hier ein Beispiel für, wenn ich Objekte zählen will oder wenn ich halt irgendwie was filtern will. Ja, und wer sich da irgendwie mit Curl oder sowas mal durchgehangelt hat oder selbst wenn es Requests ist, also das Python-Modul Requests, das dauert schon ein bisschen länger, bis man das dann implementiert hat. Ja. Ein anderes Ding, was so bei mir in der Standard-Auswahl mit drin ist, ist Reversion, das heißt, wenn ich über den Admin, woher vorhin gerade den Vortrag so hatten, meine Datenobjekte irgendwie ändere, dann hat man ja immer so das Problem, ah, das war jetzt Mist, ich will doch wieder zurück, oder wie war denn das vor fünf Jahren. Ja, damit hat man das halt erschlagen und man sieht halt gleich, was geändert wurde und vor allen Dingen, wer es geändert hat. Das ist auch dann immer so eine Diskussion, ich war es nicht, ich war es nicht. Naja, dafür gibt es ja auch dann die Beziehung. Ja, zwei Sachen, die ich bloß vom Namen her nennen will, das sind Django SSE für Server-Send-Events, also wenn ich vom Server aus zum Client irgendwelche Updates schicken will oder wenn ich Websockets verwenden will, dann Django Socket.io, wobei das gerade ziemlich stark in der Entwicklung ist, weil die von Socket.io auf eine neuere Version switchen. Ja, Salary ist ja so ein, ja, wie nennt man das richtig, so ein Tool, wo man so Aufgaben hinschicken kann und der macht die dann, alles asynchron, wenn man das möchte und man kann das auch als so eine Art Kronersatz verwenden, dass man halt sagt, das und das machen wir bitte an denen und den Zeiten und das, was ich immer ein bisschen vermisst habe oder wo man dann immer ein bisschen dasteht, hat es denn jetzt geklappt oder nicht und da gibt es so ein Tool Salarymon, was man halt als eigenes Tool dann startet, was dann halt solche Grafen automatisch generiert, ohne dass man dann groß was konfigurieren muss. Sehr, sehr cool. Also in dem Beispiel hier ist das, das pingt halt ja, ungefähr 200 Hosses an, das ist so ein Task für Salary oder der halt mit Salary gemacht ist und trägt dann ein in der Datenbank, ob der Hoss erreichbar war oder so und da kann man halt schön monitoren, ob das Ganze läuft oder nicht. Ja, Schnitt, man hat ja oft so das Problem, dass man Bilder anzeigen muss und dann muss man irgendwelchen Kunden die Möglichkeit geben, dass sie Bilder hochladen und wenn man da dran schreibt, macht das mal bitte in den und den Dimensionen, das kriegen wir nicht hin. das heißt, man muss das Zeug skalieren und auch wer sowas mal von Hand implementiert hat, weiß, wie schmerzhaft das Ganze sein kann, gerade wenn ich mich dann so um Sachen kümmern muss, man kann es ja jetzt nicht mit derselben Aspect Ratio skalieren, weil dann fehlt wieder was, also muss man noch was davon wegschneiden und so. Ja, und dafür ist Easy Thumbnails mein Tool der Wahl. Hier unten der Template Tag, den man halt bloß einbindet, man geht also auf das Person.photo ist so ein Image Field Model, ja, und dann sagt man, ich hätte das gerne 100 mal 50 und dann ist das so. Und wenn man irgendwie noch abgefahrenere Sachen drin haben will, wie irgendwie ein Filter drüber oder, 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 dann kann man das alles noch mit konfigurieren. Sehr, sehr easy zu benutzen. Okay, Zeit ist um. Nochmal der Hinweis, das alles und viel mehr findet man natürlich auf Django Packages. ist auch sehr schön gemacht, wenn man dort halt Ratings sieht, man sieht, inwieweit die Applikationen und so, die Apps weiterentwickelt werden, wie viel Dynamik da drin ist und so, man kann da so Sachen irgendwie liken oder so. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Fundgrube. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich persönlich habe während dem Vortrag unser Wiki, unser firmeninternes Wiki mit weiteren Links gefüllt. Also, war sehr gut. Danke. Laut der Uhrzeit gibt es jetzt schon Mittagessen. Deswegen jetzt schon der Hinweis, wenn ihr rausgeht, denkt an die Birkdeckerchen. Ich bin mir da relativ sicher, dass wir da nur weiße reinschmeißen heute. Ja, Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Bemerkungen. Fangen vorne an. Dankeschön. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe auch einen Haufen Links mitgeschrieben und ein paar Probleme werden dadurch wahrscheinlich gelöst, die ich so habe als unerfahrener Django-Entwickler, der gerade so am Hobbyprojekt schrauben ist. Hast du Erfahrungen mit der Registration-App? Ja. Okay. Gut, dann würde ich dich nochmal was fragen, weil erstmal... Also, was hast du Erfahrungen? Ich habe die in einem Projekt mal mit eingebunden und dort läuft die seit drei Jahren. Okay, alles klar. Ich traue mir gar nicht zu sagen, welches das ist, weil ich das auch seitdem nicht mehr geupdatet habe. Ja, okay. Bitlove, ist das auch ein Django-Projekt? Also, dieser Podcasting-Feed-Verteilmaschine? Ich kenne den Entwickler von Bitlove.org und das Problem, also Bitlove ist so ein... Ich fange vorne an. Podcasts haben das Problem, wenn man Podcasts produziert, man gibt so ein Ding neu raus und dann saugen alle, ist die Leitung dicht, alle sind frustriert und drei Tage später ist wieder Ruhe auf der Leitung. Und genau für die Sache ist halt Bitterend das genialste Protokoll überhaupt. Das heißt, man verteilt das Ganze, alle sind glücklich und jetzt ist das Problem, dass die ganzen Podcast-Clients, alle, außer Miro, was glaube ich auch in Python geschrieben ist, keinen Bitterend unterstützen. So, und das ist alles so ein bisschen Henne-Ei-Problem bei, wenn wir schon bei Apple sind, die finden ja Bitterend irgendwie ganz böse und erlauben das nicht in ihren tollen App-Stores. Das heißt, man wird wohl auf die nächste Zeit noch das Problem haben, dass man nicht per Bitterend auf einen Client runterladen kann und damit ist leider diese Seite Bitlof.org für die Leute hilfreich, die irgendwo ihren Bitterend-Client laufen haben und dann von dort ziehen. Und das, was ich mal angefangen hatte, vor einem Monat ungefähr, ist, halt eine Django-App abzuschreiben, die Feeds von Bitlof, wo man Feeds von Bitlof subscriben kann und wenn da jetzt irgendwie was Neues kommt, dann lädt er das per BitTorn runter, das mache ich mit Transmission-RPC und mit so einem Transmission-Demon, also das BitTorn-Client an der Stelle. So, und wenn das fertig ist, generiert er wieder RSS-Feeds, wo ich mir das dann von meinem Server mit der entsprechenden Bandbreite meine Podcasts runternehmen kann und dann werden RSS-Feeds noch die ganzen Metadaten, also Shownotes und Bildchen und Tatütata vom Upstream mit angeboten. Das war das Ding und das, wie gesagt, ich habe jetzt Zeit für sowas, das wird bestimmt demnächst fertig. Du hattest jetzt am Ende Easy-Thumpener gezeigt, wie sieht denn das da mit Caching aus? Ich meine, wird das Bild jetzt jedes Mal neu geschnitten und zurechtgemacht oder wird das nur einmal gemacht und wird das Ganze dann gecached? Deswegen meinte ich eben, wenn man sowas selbst implementiert, dann merkt man halt, dass es nicht irgendwie, ja, generier mir jetzt oder skalier das mal, sondern es sind genau solche Sachen. Das ist halt irgendwie ein statisches Fall. Das möchte ich natürlich statisch ausliefern, deswegen möchte ich das Ding gerne einmal generiert haben und irgendwo ablegen. darum kümmert sich's und wenn ich das Bild update, dann will ich natürlich auch nicht ein Eisen-Thumbnail haben, sondern einen neuen. Darum kümmert sich's auch. Also es sind dann, es legt es als statische Files ab, ändert den Link und liefert das dann halt statisch aus. Ja, weitere Fragen? Alle Fragen beantwortet beziehungsweise genügend URLs gegeben, wo man sich weitere Antworten holen kann. Dann würde ich sagen, danken wir nochmal. Na gern. Und Applaus